frische bienchen der haus okay dann muss das ab und zu mal lernen okay das ist nicht schlimm ich würde auf jeden fall so ein pick mal hauen also ich habe ja zweieinhalb steck das ist schon mal gut aber hier ist auch noch gold drin 60 stück das schon mal ganz gut ich noch nicht sollten wir auch oder nee so viel habe ich gar nicht runtergeschickt gehabt ich glaube noch gar nicht glaube ich nur neun stück wenn überhaupt deswegen war ist wieder mein kopf so überlegen wie machst du das am besten was ein knall das ist doch klar ist der ziege oder was hat mir eigentlich ja 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 minum hatten wir so komisch egal muss ich es heute machen Lala, du passt auch, du passt auch. Das Ding halt nicht, gar nicht so schlimm, den ganzen Kacke noch aussortieren. Achso. Oh, du hast auch einen Knall. Nein. Doch. Wie? Nein. Du noch nicht. Das ist wirklich nicht. Nein, du noch nicht. Du noch nicht. Das ist wirklich nicht. Wie das machen? Ja. Oh, das kommt ja auch wieder. Das war ja was. Ne, ähm. Ja. Kacke. Du hast klar, das ist klar, ist doch klar. Aha, den habe ich nicht, den habe ich nicht. Exil. Bleib safe. So. Hat ein Knall, ein Knall. Da ist Cento. Die Trockenlos. Ja. Good morning, Wacki Wacki, Wacki and Son. Morning everyone. No, 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 no. Die! Die. Die. Ich kann doch schon mit dem Rest wegsortieren, ja. Warum ploppt das denn immer noch hier raus, die blöde Wichse? Kann ich's mal rausploppen die ganze Zeit. Plopp, plopp, plopp. Fuck, wie mir das gerade entgegen kam. Ich kam auch was entgegen, ne? Mhm. Die ersten drei sind Honey, kommst du, der andere ist der letzte ist der Waxing. Huiiii. Hey, wo kommt der Scheiß denn immer hergeflogen? Oh, lol. Ja, auch. Da hast du's vergessen. Ah, ich weiß jetzt warum. Okay, nicht mehr. Oh, gehst du da lang. Ach, ich hatte das nur an der Goldpipe angeschlossen, weil ich das eben schnell reinpumpen wollte, was da oben noch in der einen Kiste ist. Ploppt aber auch immer in der Wotenpipe raus. Vielleicht, ey. Kaka. actually. Jetzt aber nicht mehr, jetzt geht's runter. Ähm. Bellau Bäume wieder gewachsen sind Pell 0 wäre wir wollen wir keine bei welchem werden will 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 10 Meter SM in pour100 schön dass du aus claust kommt doch nicht hinterher oder stimmt nicht das muss ich auch ändern gleich wieder voll hier nein nein sicher nein ich würde jetzt nicht im keller kommen kommt ihr nur scheiß entgegen geflogen das zeug gerade irgendwo hinfliegen muss ja Ja, ja, ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Du hast du schon gesagt. Das ist okay. das war noch das auch schon wieder nicht so kacke wissen was klappt ob ich will keine ehren sitzen war ich nicht Nee. So. Schwarz 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 Für Fläche Tuch 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 再 So. Cool. honig das und bla 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 welches in schaller ich hoffe mal es funktioniert ich glaube auch nicht aber ich auch nicht aber egal ah, ich bin juckt immer jetzt kann ich mir den Rucksack zumüllen auch meinen Rucksack zumüllen mit Items so, das kannst du kann ich am besten zumüllen kann ich mal am besten ja, genau der 3 das ist interessant, knallknall, knallknall Nein hab ich nicht habe ich nicht hab ich nicht habe ich nicht hab ich nicht auf ich nicht hab ich nicht habe ich nicht machste wohl Lalalalalalalala bit Bist du behindert du bist so behindert, 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 so behindert Das is klar. Du hast nen Schaden das was du hast. Das gibt viel, das gibt viel Futter. forgot irgendwas mit Chicken war das jetzt. resident xD Curry Chicken war das, glaube ich, ja. Oh, das sind aber viele Items. Und jetzt, ne? Chicken. Curry, ja. Es macht fünfeinhalb Herzen und fünfeinhalb Orangene. Das ist natürlich Bombe. Bombe. Ich habe gerade ein leeres Inventar, das ist gar nicht mal schlecht. Ich muss jetzt erst mal gucken, was muss ich denn hier? Ich muss cinnamon, rice, brauche ich... ...reiss, dann aber, glaube ich, auf jeden Fall. Kokosnüsse, oh, da muss ich, glaube ich, mal ein bisschen ernten gehen. Aber Lava haben wir genug jetzt, erstmal, ne? Ja, du warst jetzt in der Hölle, ne? Ja. Ja, da hat er das erstmal gemacht. Jetzt doch, gung, 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 gung. Ja, sind vier Tanks. Gung, gung, gung. viel tank soll das erreichen soja bohn soja soja bohn soja soja bohn soja soja bohn soja soja bohn aber nicht nur ein zwei kräftigen ein bisschen aufgedreht aufgedreht das warst du schon immer alles klar nein du sprichst gerade im becher rein